Es geht los Leute! Hallo und herzlich willkommen Scheiße, warum steht hier im Searching for Players? Willkommen Scheiße? Es geht los, es geht los, es geht los! Eine weitere Folge Leute! Rainbow Six Siege. Mit dabei ist der Michi aka der bayerische Löwe. Servus, grüß euch! Spritzen! Und hallo. Und ganz ehrlich, dieses Spiel macht uns fertig, weil wir die ganze Zeit aus dem Lobby gekickt werden. Also alles was wir geplant haben wird immer kaputt gemacht durch das Spiel. Ja. Aber jetzt sind wir im Spiel, ich bin total begeistert man. Ich bin übrigens wieder der Rook. Begeistert, ich auch. Hier ist der Wurst und der IG geworden, du bist ja ganz normaler Recruit. Ja, ich hab nichts anderes gekriegt. Du hast doch jetzt aber genug Punkte um dir einen neuen zu kaufen oder nicht? Nein, 700. Achso, es gibt aber 5 Klassen, es gibt auch welche für 500. Ja, ich weiß. Der Rook hat doch 500 gekostet. Ich hab jetzt praktisch bei den Attackers zwei Stück freigeschalten und beim Ding hab ich erst einen freigeschalten. Okay, Alter wir sind in-game, wir sind in-game. Ach scheiße, da sind wir im Köller. Halt, ich geh in den Köller, ich mach wieder Kammerjäger, ne? Ja, ich mach mal hier auf 4. Da ist schon eins. Ich hab schon eine gesehen, so eine Ratte. Ja, wo willst du denn hin, du kleine Scheiße? Da brauchst du. Reinforce die Wände! Ah, nur mehr. Ich reinforce erstmal die Wände. Bleib heut stehen! Warum steht da eigentlich jeder da rum und macht nichts? Willst du Ratten? Echt, hey? Okay. Das geht's dann! Ja, die haben sie, die haben sie jetzt, ne? Der dritte hat sie ja gesehen. Scheiße. Nur mal, Ratz! Äh, wenn ich jetzt da durchgehe, bin ich im Arsch, oder? Ja, Shad, warum legt der hier direkt vor mir den Strom in den Länden? Das ist ein Depp! Du bist ein Depp! Ah ne, da kannst du durch, da kannst du durch. Wir können da durch. Komischerweise können wir da durch. Dann machen wir mal zu hier, wa? Ja, machen wir da zu. Dicht und hier. Naja, dann legen wir auf, oder? Naja, dann machen wir auch dicht Scheiße, Anton. Ja, mach dicht. Ich hab mir auf jeden Fall einen schönen Bunker gebaut. Wobei hinter mir hier kannst du hier noch nicht... Mach gerne was. Du bist ein Traum, Mann. Das ist ja mein Lieblings-Eck jetzt hier. Die Schatz, so geil, Aska! Alter, das ist ein riesen Teil. Achtung, Achtung, vor dir, direkt vor dir. Der hat schon wer geschossen, Alter. Ja, ja, das ist ein kleines gelbes Fenster. Äh, kleines gelbes, du weißt schon was ich meine. Kleines gelbes Fenster. Ja, das kleine gelbe Fenster mit dem Holzloch. Ja, ja, mit dem Holzloch. Achtung, Achtung, oh, da kommt noch wer, da kommt wer. Du sitzt direkt vor mir, Mann. Einen hab ich verletzt. Ich hab mich auch erwischt, aber nicht richtig. Soll ich da raus und den auf den Sack gehen? Oder willst du? Ich schau mal. Wo der Penner ist. Hey, ich seh noch nicht. Oh, hinter mir war der. Was war denn das? Oh, mit seinem Scheisschild. Ja, ich wurde geflasht. Oh, Gott. Das Schild, ja, ich auch, Mann. Du auch? Ja, ja. Sensor hat mich gekillt. Die haben mich da voll mit dem Schild von hinten abknallt. Ja, ich war geflasht und hab den nicht gesehen. Wie ist denn ihr durch die Tür gekommen? Sag mal, was haben wir da verpasst? Keine Ahnung. Ich hab jetzt das Fenster hinter rausgeschaut, weil ich mein, da hab ich erwischt. Und da vorne hat irgendwann keiner mehr auf die Tür geschaut. Keiner mehr da gewesen. Ja, ich hab das aber auch nicht mitbekommen. Ich war auf einmal geflasht und dann war ich tot. Ich hab noch irgendwie... Nee, du bist sogar vor mir gestorben, ey. Ich hab noch einer SIS. Ich hab noch einen SIS. Ich hab noch einen SIS gekriegt. Ja. Was ist das für Scheiss? Das war der Typ, den wir angeschossen haben. Den hat dann noch jemand gekillt. Ich hab noch einen SIS gekriegt, Ratte. Willst du den mit dem Schild wieder? Nein, kannst du den nehmen. Passt schon. Okay. Zack. Ah, ich spawn wieder einen Parking-Lot. M870 Rupflinter. Bist du der Sledge-Typ, sagen wir? Nein. Du bist immer Recruit. Warum bist du schon wieder Recruit? Weil ich... Weil ich keinen anderen nicht hab. Du musst doch irgendwas haben. Achso, warte. Jetzt sind wir doch Angreifer. Ja, der anderen hat... Die Eule hat der... Der Rammzahn-Dingsbums. Ah, okay. Und anderen hast der Du. Okay, verstanden. Alles gut. Alles klar, verstanden. Ich bin der Recruit. Aber die Recruiten sind auch nicht verkehrt. Na. Schaut's, wenn ich das will, so... Nee. Keller, oder? Ich fahr mal in den zweiten Stock als erstes, okay? Ja, spring ich mal da rüber. Warte, da kann ich doch... Hier mal oben hoch, nee. Ich geh jetzt grad über die Metalltreppe in den zweiten Stock. Kannst du den ersten rein, wenn du willst. Ich bin auch im zweiten Stock. Der Stock ist nix drauf. Nee, sieht gut aus. Also sieht leer aus, sieht gut aus. Ich glaub, das sind wieder im Keller unten. Ja, ja, da ist schon einer. Einen hab ich schon gefunden, der ist im Keller. Was aufreifend wird dann unter. Ich fahr grad vorhin abgehauen, ey. Shit, Mann. Ich bin eingekessert. Was? Da ist er. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Da ist er. Also die Drohne ist im Arsch. Jetzt sind sie im Keller unten. Ja, ja, okay. Einen hab ich noch erwischt. Also einen kann ich noch scannen. Ah, ich mach das noch voll Spaß, bitte. Hast du so einen Breach-Teil dabei? Ich hab so einen Breach-Teil dabei. 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 Wenn der Captain greift unten, direkt einmal angreifen. Ja, ja, komm. Drauf, Mann. Bin ich voll voll dafür. Da wird jetzt nicht hinlang gefackelt hier. Jetzt wird ordentlich Leim gemacht hier. Ah, ich bin runtergefallen. Scheiße. Achtung, ich breache hier. Ich breache auch daneben. Sag Bescheid. Sag Bescheid. 3, 2, 1, Feuer. Ab geht die Party. Ich schmeiß mein Fahrzeug rein. Ich fahr weiter. Links hinter der Ecke ist einer. Wurde abgeknallt. Links hinter der Ecke ist einer. Um die Ecke. Links hinten. Ich schau. Ich mach mal. Ich flash mal. Vorsicht. 3, 2, 1, jetzt. Okay. Aber der muss natürlich sein. Ja, der muss in der Tür drin sein. Warte mal. Ich hab nochmal ein Breach-Teil. Komm wir da? Na ja, geht's mir da nicht, oder? Geht's mir da? Doch, es geht, es geht. Breach mal da. Okay. Komm mal her. Ja, bin dabei. Du gehst dann gleich rein. Ja, ich flash dann wieder. Breach. 3, 2, 1, los. Okay, sieht gut aus. Oh, scheiße. Scheiße, Leute. Ich bin verletzt. Einen hab ich. Hast du zurückkommen? Ich komme, ja. Pass auf, dass uns der nicht holt, der Penner. Ich hab den gekillt. Ah, shit. Hinter mir. Direkt hinter mir. Außen. Ne, oder? Wir waren nicht jetzt. Von hinten oder von vorne? Ah, weiß ich nicht. Wir haben gewonnen. Aber krass, Mann. Den einen hab ich erwischt, so. Und den zweiten hab ich mir nicht gesehen. Das war jetzt geiler Action, Alter. Ja, ging gut ab. War richtig nice. Alter, hast du das gesehen? Wenn es da angeschossen ist, da ist eine richtige Blutlage unten am Boden. Der war gut. Wir haben einen guten Angriff gemacht. Finde ich gut. Ralf, hast du das gesehen? Da hab ich gesehen, ja. Wenn es angeschossen wird, da ist voll die Blutlage am Boden, wenn es wegschleißt. Alter, das ist ja krass. Folge der Blutspur. Oder der Ramzan Zipfelklatscher. Haha. Entschuldigung, aber ja. Ich bin mal im Bedroom. Der reißt sich alles unter den Nagel. Reißzahn, äh, Ramzan. Ja. Wo sind wir? Workshop? Master? Ich bin, äh, 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 Ding hier. Da, wo das Bett steht. Weiß ich nicht, was... Bedroom oder so. Was für eine Frage. Im Bedroom. Ja, im Bedroom ist der rein. Da, wo das Bett steht. Ein Burschen. Okay. Hier können wir gleich mal... Ich mach wieder Ratzenjagd. Ich will die nicht remove... Ah ja, warte mal, ich hab ja hier... Um, guys, at the bomb. There is some gear you can get from me. This is some special advice. Get some gear here. At the bomb. Warum geht dann keiner da hin und holt sich das, man? Ich hab hier vier noch vier Westen. Warum nimmt hier denn keiner? Ich versteh ich nicht, ey. Hey, komm. Jetzt nehmen wir dann auf. Dann kommen wir doch jetzt schon. Ja, du musst nicht sagen, wo du bist. Ich hab jetzt ein bisschen verloren. Ich komm jetzt hoch. Zu dir. Ah, da ist ein Armour, ne? Yes, guys. Get the... Get the... What is it called? Können wir da vorne zumachen, oder? Ja, mach zu, mach zu, mach zu. Aber dann hat man eine schönere Sicht, ne? Wie heißt denn dieses Ding jetzt, diese Westen, Mann? Armour Westen. Ja. There is some Armour Westen. Directly at the bomb. Get the Armour Westen. Get the Armour Westen at the bomb. There in the bottom. It's a case. Go there and push F. There is some Armour Westen. Ralph, gib mir schnell Deckung. Ja. Ja. Okay, Alter. Hey! Was hast du erwischt? Ja, ich hab direkt mit einem Schild wieder. Oh, du hast ihn erwischt? Nein. Du warst zu schnell. Da hätte ich irgendwas hin schmeißen müssen vorher. Eine Granate oder so. Ah, ist wohl Spaß schon. Ich hab grad versucht, ich hab nur gesagt... Und ich bin rausgelaufen, das war auch bescheuert. Ich hätte in der Tür bleiben sollen. Die Penner. Na ja, schauen wir mal, was die machen. Ah, jetzt hat er die... Ich hab gerade die Leute gescannt, da hat er die... Jetzt hat er die Kamera zusammengeschossen. Ich hab's gesehen. Genau, die Kamera weggeschossen, ja. Ja, es schaut noch gut aus. 2 zu 2. Oh, aber unsere haben nicht mehr recht viel Leben. Siehst du das? Ja, nice. Nice, GG. Bravo! Unglaublich, oder? Ja, war gut. War sehr gut. Der Raffzahn. Der hat einen eigenen erschossen, oder? Der Raffzahn. Ja, gell? Der Knallkörper. War bestimmt Franzose. Ja, bestimmt. Ein russischer Franzose. Ja. So, 2-1. Der Raffzahn Kadriow. Was sind wir jetzt? Attacker. Okay, wunderbar. Das ist gut. Ja. Du musst immer schnell sein, gell? Ja, ja. Bei mir ist jetzt auch meiner weg. Ich hab diesen... Ich hab ja nicht mehr den Typen. Ich kann auch nur den Rekruten nehmen. Aber ich nehm mal FBI-SWAT. Ballistik-Shield. Was hat der denn? Ne R4. Oh, bei das Schild ist schon ganz geil, ne? Reach Charge. Smogranet. Ich nehm die über die. Ne Frackranet ist auch super. Also, man kann schon die gleiche Klasse haben, bloß du musst praktisch bei einem anderen Squad dann sein, oder? Genau so ist es. Bei den Rekruten zumindest. Also, wenn es jetzt praktisch ich mit dem Schild bei den Deutschen bin und du jetzt praktisch bei SES, den Englern, glaube ich, oder? Genau. Richtig, ja. Dann funktioniert das schon. Genau so ist es. Also, den Rekruten kannst du mehrfach wählen. Also, Klassen, denke ich mal. Und, ähm, wofür steht denn SES nochmal? Nein, ich hab das SES Schild. Wollst du dir die Spezialeinheit? Ah, müssen wir ausprobieren. Aber SES, wofür steht es nochmal? Seals? Irgendwas? Ähm. Was war denn? Nicht SES, ne. Ist ja die Engländer, ne? Mhm. Ah, jetzt fällt mir grad der Name nicht ein. Ich hab's vor kurzem gehabt. Da ist einer. Wo, wo, wo? Da. Der hat jetzt gerade verbarrikadiert. War hier Stock? Der ist da ganz alleine da drinnen, der Penner. Haha, wo bist du denn? Da! Ja, wo, da! Der hat da unten drinnen. Ja, unten? Deines Keller, oder was? Deines Keller. Der hat sich ganz alleine in den Bunker verbarrikadiert. Den schnappen wir jetzt. Okay, ich komm mit, komm. Das will ich auch sehen. Ich will den Typen auch. Ich seh den roten Pfeil noch. Den holen wir jetzt, komm. Der hat sich vorhin verbarrikadiert und hockt jetzt unten ganz allein im Loch. Haha. Gehst du links rum, oder worum gehst du denn? Da, da, da müssen wir bis rechts. Alter. Also geh ich schnell, ja. Das ist gleich mal weg, sprich hier alles. Der müsste da drin hocken. Da drin hocken. Da drin hockt er, der Knäukelpfer. Und wird ordentlich geschossen im Keller. Oh, der hat das Schrappchen. Achtung! Ja, der hat mich denn getroffen, sag mal. Alter, wie der da unten abgeht, ey. Der ist tot, den hoher erwischt. Der hat sich wirklich da unten in das Loch neig gesetzt, Alter. Weg. Knallkörper ist'n des. Haha. Ja, grülli, ne? Haben die Granate eingeschmissen. Das ist grad gemeint. Ralf, hast du noch? Ja, ja, hab ich, hab ich, hab ich. Habe hier. Doch, hier. Ey, ja auch. Nice, Mann. Irgendwann auch. Ja, die Rechte hat hier jetzt funktioniert. Die Rechte, glaub ich. Ja, sehr cool. Die Rechte hat funktioniert. Ist das geil. Aber das Schild wieder, wie die mal aufräumen. Die mit dem Schild können da einfach reinmarschieren, ne? Ja. Ja, man muss ja bloß aufpassen, dass er den nicht an der Hand erwischt. Das ist scheiße, gell? Ja. Wenn er einen Glückstreffer an der Hand macht, als er an der Waffe. Ah, nur letzter, ey. Verdammt. Aber schau hin, hier, der IG1. Ganz knapp über mir. Und kriegen wir Punkte? Ja, wir kriegen Punkte. Ich dreh durch. Muss man dazu sagen, das ist sehr außergewöhnlich, weil es gibt auch Matches, da gewinnst du und kriegst keinen Punkt dafür, obwohl du gewonnen hast. Ja, das ist echt traurig. Da schreibt man sich dann, geil, jetzt gewinnst 4.000 Punkte, das gibt massiv Punkte und scheißdreck. So, jetzt hoffen wir mal, ob das weitergeht. Also vorher das letzte Mal, wo wir ein Match gespielt haben. Boah. Ja. Es geht weiter. Echt jetzt? Bei mir schon. Ich bin immer nur in der Lobby. Oleg. Alter, wie krass. Alter, das ist ja unglaublich. Leute, zwei Runden nacheinander, das ist nicht auszuhalten. Ungläublich. Ich bin leicht erregt. Ungläublich. Hallo. Scheiße Rolf, jetzt haben wir einen guten Draht. Jetzt haben wir einen guten Server erwischt. Wahrscheinlich irgendeinen in Russland oder in Skandinavien. Bambusleitung. Schnell hier. Okay, ich hab meinen Panzertypen wieder. Yes, man. Der Raffzahn. Der Knallkörper. Der Raffzahn wieder. Er hat sich wieder alles unter dem Nagel gerissen. Ja, aber ich bin noch der Rook. Ich bin noch über diesen Turm. Ja, aber ich hab noch einen anderen. Warte mal, ich kann noch einen nehmen. Nein, nein, nein. Pass schon. Ich bin wieder Rookie. Ich mach wieder Rookie. Jetzt hab ich einen anderen genommen. Aber der Rook ist... Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Ich hab einen anderen genommen. Echt? Du hast einen anderen gemacht? Ja, ich hab einen anderen genommen. Ich hab Bock auf den. Nein, geht nicht. Ich kann den nicht nehmen, aber den hat der Raffzahn. Guck mal, ich hab den Smoke hier, siehst du? Smoke. Smoke me. Ja, das ist der, der ein bisschen, äh, C4. Äh, C4 ist ja schon CS-Gas. Nicht... Ah, nicht CS-Gas. Dieses machst du sich. Genau. Und der hat doch den Tussi mit der Eule, der hat doch da so, 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 was weiß ich, so eine Art, äh, Laptop am Arm links. Genau, genau, richtig, ja. So ein Pipoil. Genau. Und da kannst du dann praktisch durch den Nebel schauen. Ah, gut. Der Typ rechts außen sieht auch nicht schlecht aus, dieser Mute. Ja? Der hat auch fette Gasmaske im Gesicht hängt. Du hast recht. Der schaut aus, weil von der, von Call of Duty, der, der Soap. Warte, es dauert manchmal. Ja, manchmal. Ja, weil wir vorhin, die sollen einfach nur warten. Einfach nur warten. Bist du der Echte? Ich bin ein Löwe. Ah, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Du bist ein Löwe. Ja. Ne, das habe ich, das war jetzt nur eine Anspielung an dich. Ja, ja, das wegen. Warte mal. Nicht Stacheldraub. Ich bin im Keller. Okay. Ich höre nix. Device position. Ich höre nix. Ich höre nix. Ich höre nix. Ah, da ist das so ein scheiß Ding. Boah, Alter, gerade noch erwischt ey. Der hat es noch nicht gesehen, die Bombe. Ein Ratz ist tot. Ja, da ist das so ein scheiß Ding. Ja, ja, einen habe ich auch erwischt. Ja, dann haben wir schon bloß nur drei Ratzen. Ja, die haben die Bombe noch nicht gefunden. Einer war kurz zuvor ey. Zwei Ratzen tot. Nice. Drei Ratzen tot. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt bloß nur einen. Und der hat sich wahrscheinlich verfahren. Oh, nice. Wir haben, guck mal, wir haben 100 Punkte bekommen dafür, dass wir es nicht erfunden. Ey, warum machst du denn die Dinger hier auf? Bist du total bescheuert? Komm, ich komm mit, ich komm mit. Ah, jetzt hat er mich wieder eingesperrt. Naja, egal. Jetzt sitze ich hier drin mit meinem Glück ey. Okay, was war da los? Was war da los? Keine Ahnung. Die wissen halt nicht, wo wir sind. Das ist der Vorteil. Die wissen nicht, wo die Bombe sind. Scheiße, die wissen, wo ich bin. Nur du bist, ist auch egal. Hey, ich bin tot, Alter. Blöder Erwechser! Der Ander hat mich vorhin ausgespielt. Da bin mir nur schnell Schlupflachs da gekommen. Ja, genau, haben wir mein Schild, du blödes Arschloch. Du eine Ratte. Wer sind denn da eigentlich die Terroristen? Mir oder dir? Ja, wir. Ja, hab ich damit schön zusammen. Das war jetzt für den Arsch. Warte mal schauen, vielleicht kann ich euch sagen, wo das sind. Ah, steht wohl gerade noch rauf. Ach, scheiße. Ah, fuck. Na ja. Hätte ich früher machen sollen. Aber ich wollte meinen eigenen Typen da nicht damit voll bewerfen mit dem Gas. Hat die Kamera weggeschossen? Was hat er gemacht? Was war's, Ralf? Wichtig ist, dass wir springen können. Ja. Ja, das muss man wirklich so einfach mal anerkennen. Das ist richtig. Spielen ist schon mal von Vorteil. Und schon hier nur, dass ich diese kleine Ratte da getötet habe. Diese kleinen Funkfang gesteuerten Fahrzeuge, die wir jetzt auch haben. Ratzen. Die Ratzen. Hab ich. Oh, ich hab den Deutschen genommen. Willst du ihn haben? Mir wurscht. Weiß wüsste. Okay, ich geh raus, dann wählst du ihn an. Wenn ich jetzt raus. Jetzt. Sorry, jetzt. Okay, hab ich ja. Super. Okay, cool. Danke. So kann man so auch das Loadout ein bisschen sichern von den Leuten. Ganz cool eigentlich. Das heißt ganz cool, aber. Hast du euch ne Ahnung, wer der M4 hat hier? Als die USA wahrscheinlich, oder? FBI-Sword? Ja, aber die haben keine M4. M4, ja. Das sind die Amis. Ja, aber für die hab ich keinen Skin. M4. Okay, ich nehm hier. Was nehm wir denn? Reach Charge. Freak Grenade. Spast. Also mir persönlich macht das Spiel sehr viel Spaß. Nur muss es halt mal laufen. Matchmaking ist da noch ein riesen Drama. Genau. Das ist halt das, was dann wieder mürbt. Ah, ich wusste es nur, dass du da unten bei dem Nord-Ost zu investieren auch siehst, wo du bist Das daneben steht nämlich, wo du gerade unterwegs bist, im Haus Main Stairs steht bei mir gerade Genau, 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 das steht daneben, das kann man einfach ablesen Ja, super, super Ja, stimmt Du musst einfach nur ablesen, wo du bist Ich gehe mal in den Kellern und da sind sie wieder Okay, ich bin im zweiten Stockwerk gerade, da ist keiner Mir ist gerade so eine Ratte mir entgegengekommen Da ist er Unten im Keller sind sie, alle im Keller Wissen wir schon, wann wir hinnehmen Und ich kann nicht reden, weil ich nicht reden kann Und ich fahre mal wieder vor mit meinem, ich fahre mit meinem kleinen Fahrauto da rein, okay Schau mal, dass ich die im Scannen kann im Keller Kann jetzt da reden, hier hat mich keiner Nix Bist du das kleine Auto? Ja, 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 soll ich dir was sagen? Ich sage, dass du nicht zusammentritt Ja Hi guys, they are all in the basement I'm going to look through with my car With my little scouting car And then we gonna fuck them up In the best name Die Kamera da oben immer ausschalten, weil sonst You've been spotted Jetzt habe ich die Kamera ausschalten Die muss mich immer ausschalten, weil sonst Things in den Penner Bist du die Ding da unten, oder? Ja, ja, aber ich habe ein Windstörsender Das, das direkt, ähm, ähm, barbäuer, einer müsste jetzt da rumschleichen Da ist gerade einer durchgegangen von uns, wie sowieso es aussieht Aber ich sehe nichts mehr, ne, in meinem Fahrzeug stehen direkt da fest Kamera ausgeschalten? Nice Ja, ich komme zu dir, ich bin jetzt nur draußen Ich komme gerade von hinten rein Bist du, bist schon im Keller unten, richtig? Hä, wie gibt's denn das? Jetzt habe ich ein Schild gehabt und bin abgenäht worden Unglaublich Nein Oh, Alter, dieser Apex hat mich auch gekillt Are you kidding me, Mann? Ich habe den auch genau getroffen Also ist das Schild doch nicht so sicher, hä? Ja, es kommt auch Oh, krass, Mann, wie der mich getroffen hat Aber der andere, Alter, da sitzen zwei Leute noch vor dem Treffen denn nicht? Nicht wirklich? Nice Mann, ey Mann, ey Mein, mein, mein Fahrzeug ist halt auch im Arsch, ey, verdammt Ah, wir können nichts mehr gucken, ey Komm, mir können die Leute so schau, hab ich noch abkratzen Na ja, ja, spectaten können wir noch schau, ey Der hat auch ein Schild, schau Der hat ein schönes, der hat ein schönes, der hat ein schönes Side drauf Weiter ist der zusammengenagelt worden Der Typ mit dem Hammer ist ganz geil, oder? Hat der keine Granaten oder sowas? Mann, Mann, Mann Alter, wo ein Spray denn der? Der hat eine Granate Ah, der hat eine Granate Ah, der ist ja nicht doch vor, der ist ja vor ihm Alter, da schmeißt du eine Granate, Alter, wirklich Über, jetzt drüber Ja, war super, ey War echt gut, ey Ich werde reingegangen mit der Granaten in der Hand, komm mir Katze Gibt's eigentlich so ein Verzögerungs- äh äh Ding, wenn man, wenn man's länger hält? Äh Bevor man's schmeißt? Das weiß ich nicht, ich hab, so viele Granaten hab ich noch nicht geworfen Aber wär schon cool, wenn's sagst du, der ist so ein Verzögerer oder so, gell? Da Gehen wir hin Gehen wir in die Garage Ab in die Garage Ich werd jetzt gleich mal so ne Smoke da platzieren an irgendeiner sinnvollen Stelle und dann einfach das Ding zünden Ich glaub trotzdem, dass da Bei uns jemand, irgendjemand auswählen kann, weil die Bombe platziert wird Bis jetzt hatte ich die noch nie lieber auswählen, dass ich die Bombe platzieren kann, deswegen, ich kenn das nicht Daher kommt das so komisch vor Weil vorher gehst du drauf, ist nix Dann gleich kommt der andere und gleich ist dann gelb Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich hab das nicht, äh, noch nicht auswählen können bis jetzt Oder vielleicht ist das da, wo die Mehrzahl praktisch draus wohnt, dass da die Bombe hinkommt Es ist seine Möglichkeit, aber ich kann es dir nicht sagen Ich geh übrigens mal hoch und verteil da oben Nein, das kann nicht sein, achso, so ne Äh, äh, äh 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 Ach Gott, wie ich wieder nix treffe, ey Äh Connection fail Du? Hm Ah shit, ich leb noch, bei mir gehts noch Hey, du verarsch mich nicht, du scheiß Gerät, ey Sorry Ich will den unbedingt da unten jetzt einen, äh, äh, vergasen, die ist zwar ein bisschen hart, aber er will schon was ich meinen Aber wo sind die denn, da kommt doch normalerweise immer einer durch, hier Ich brauche unbedingt einen Scope Ich brauche unbedingt einen Scope-Arter eines anders Halt mich Halt mich Halt mich Halt mich Oh Mann ey Kurva Sag los, du bist auch tot Naja Bist du nochmal neu, konntest du nochmal connecten oder was, nachdem du rausgeflogen bist? Ja, ich bin, ich bin halt jetzt in der Lobby, also Im Menü halt, weißt du ja Multiplayer Tutorials Okay Oh, du hast ja bloß noch ein Match, ich meine, dann hast du ja so geschafft, oder? Äh, ja, 0 zu 3 steht's dann Dann haben wir verloren Super Super Ey, komm geil, wir machen mal schnell einen Tee Alles klar, kein Problem Schade Leute, die haben mich auch bekommen Nein, warum ist denn jetzt die Kamera Die Gegner können auch unsere Kameras benutzen, ist das möglich? Ich weiß es nicht Sehe ich auf jeden Fall geist, mein Geist Sehe ich auf jeden Fall geist, mein Geist Sehe ich auf jeden Fall geist, mein Geist Könnten wir sogar fast schaffen Na gut, es sind noch 3 Naja Das könnte schwierig werden für uns, aber Er kämpft auf jeden Fall tapfer, hier der Kollege Aber Round 3 lost Das bedeutet Leute Wir haben die erste Runde gewonnen Mit dabei, wie gesagt, war der gute alte Michi Bayerische Löwe kennen ja ein oder andere vielleicht noch von Altes Live Und, ähm, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken Hoffe ich hatte Spaß bei den zwei Runden Die erste gewonnen, die zweite hat ja total krass verloren Aber, so ist nun mal Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit Und weiterhin viel Spaß von meinem Kanal Schaut auch mal auf Twitch vorbei Da bin ich manchmal im Livestream Oder auf unserem TeamSpeak Alles dazu in der Videobeschreibung Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen